Okay, jetzt sind wir hier im Bagan Umbra Hotel und machen einen kleinen Ausflug zum Popa Mountain Hotel. Lassen wir uns überraschen, tausend Stufen stehen uns bevor. Und wie ist das Wetter, Karin? Blauer Himmel. Auf geht's. Okay, und unser Guide Wind Zaw ist hier und mit dem fahren wir. Nice! So, und hier ist die Schnapsbrennerei in Myanmar. Da wird das dann abgefüllt. Und hier ist die Schnapsbrennerei. Und hier ist die Schnapsbrennerei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020